Mit Verlobtem Nino Für Schein Ochsenknecht, 21, und ihren langjährigen Partner Nino werden bald die Hochzeitsglocken läuten. In einer Fragerunde auf Instagram hat das Model in einer Story verraten, dass die beiden sich noch diesen Sommer das Jahrwort geben wollen. Verlobt hatten sich die beiden im Januar, wie Ochsenknecht damals auf Instagram öffentlich machte. Ich habe zehnmal Ja gesagt, schrieb sie zu einem Video, das den funkelnden Verlobungsring zeigt. Mavi braucht auf jeden Fall Geschwister. Schein Ochsenknecht hat in der Fragerunde auch beantwortet, wie es mit der Familienplanung weitergeht. Im März 2021 kam ihre Tochter Mavi zur Welt. Nun plant das Paar, bald wieder schwanger zu werden. Wir denken, als Einzelkind auf einem Bauernhof kann es schnell langweilig werden und deswegen braucht Mavi auf jeden Fall Geschwister. Das Model wohnte Partner Nino und Tochter Mavi auf einem Bauernhof in der österreichischen Steiermark. Dort betreiben sie vor allem eine Rinderzucht. Zudem verriet Schein Ochsenknecht, dass sie sich vor knapp zwei Wochen einer Brustoperation unterzogen habe. Mir ging's nach der OP super und jetzt auch. Dazu teilte sie in der Story ein Foto, das sie offenbar im Krankenhaus zeigt. Das war drei Stunden nach der OP voll high auf Schmerzmittel, schrieb sie dazu. Spot on News Das war die S swayzei in der